so und herzlich willkommen zu einer neuen folge des tgf podcast tech cast weekly wir sind sogar wirklich wieder weekly heute am start ihr dürft guten tag vorbereitung top spitzenmäßig super ich weiß nicht was die leute sind am start wir haben wieder wahnsinnig viel elan und ich glaube es kommt ja das ist das intro da kann man ja anschneiden das war ein schönes intro das ist alle gefühlt ja voll auch von die emotion ich hätte jetzt voll lust so ist ein rice krispies abend das kind ist ins bett gebracht hier ist jetzt erstmal ein rice krispies das ist mit jedem in stimmung wie so ein alter kaputter bagger klinge ich fühle ich mich auch erst mal schön das klus man in der aufnahme das bisschen asmr machen das knuspert auch im herzen ich sag mal so ich bin ein kleines bisschen erledigt von der woche weiß nicht wie es bei euch war wir hatten ja ein bisschen bei uns privat turbulenzen möchte ich mal nennen weil es schlag auf schlag geht und meine frau sitzt im home office und ich habe ein neues kooperations ding davon wissen die uns vielleicht doch gar nichts ich weiß mal nichts ich glaube schon und zwar habe ich vor jahren mal ein chor video gemacht mit der firma flexi sport über diese höhere aufrollen der hoch höhen verstellbare den habe den habe ich den nutzsicherheitsgeraden immer nicht mal der scheiße ist einfach weil mir die tischplatte taugt und der trägt zu wenig gewicht das ist deswegen wichtig weil ich halt öfters doch mal ein bisschen sehr schwere pc ist wie mein haupt pc oder so drauf habe da brauchst du keine höhenverstellung mehr machen der gibt auf und da wollte ich glaube ich jeder schreibt der tisch daran schuld ist naja der rechner wiegt der rechner wiegt ja nur 55 kilo ach da geht es ja ja gut ist ja noch ein bisschen mehr als dem entsack ich kann es noch stemmen der tisch nicht mehr und meine frau hat ja auch relativ viel auf dem schreibtisch habe ich mir gedacht okay das neue sponsoring da nehme ich an ich verrate jetzt die firma noch nicht weil video ist in arbeit und dann hat es natürlich geheißen pass auf es kommt neuer tisch was hätten gern und sie so naja eckschreibtisch wäre gut okay also gleich die xxl variante wie ich denn das wenn wenn du was geschenkt bekommst du dann einen gescheit dann einen um die ecke der höhen verstellbar ist ja super cool ich wusste wer es aufbauen darf und dann habe ich gefragt naja du willst jetzt einen richtigen schreibtisch du wirst du die alten ich habe einfach die alten abgefragten teile die im alten studio war dass der moritz noch kennt und die teile habe ich halt mitgeschleppt und habe sie halt irgendwie zusammengespackst einfach dass sie einen schreibtisch hat weil wir beim umzug keine kohle hatten jetzt ein komplettes set zu machen und sie hat gemeint sie braucht eh kein büro wie schnell sich die farben ändern ja und das war ja das war alles dieses kalachs zeug kalachs zeug auf schlechte küchenplatten einfach alles zusammengespackst von innen und außen nicht dann gedacht dass muss jemals wieder demontiert von meiner seite dann habe ich so fast bestimmt damals auch gedacht du ziehst nicht mehr um ja und dann habe ich habe ich habe es ganz ehrlich so die augen wo willst du das büro haben wenn ich den schreibtisch bauen soll oben ist dein kleines büro unten ist das gästezimmer entscheide ich jetzt ich werde es keine zweimal machen hat überlegt der unten wir schon gut okay wusste ich ist geklärt unten also quasi direkt neben meinen haupträumlichkeiten in das gästezimmer im erdgeschoss ist natürlich leichter weil ich nichts hochschleppen muss ist nur ein bisschen beschissen weil das halt unsere rümpelkammer waren von oben bis unten zugestellt ist ein gästezimmer nicht oft gäste ja mit bett und allem und so und dann dachte ich mir so cool okay dann habe ich den deal angenommen jetzt kam das ding am donnerstag an natürlich muss man sowas so schnell wie möglich bearbeiten aber natürlich hat meine frau am montag wieder home office läuft so keine termin druck ja überhaupt nicht keine lagerfläche kein gar nichts freitags noch live stream dann irgendwie versuchen halbwegs zu pennen und gib ihm los geht's ne ich wollte ja noch also ich muss noch vergleichen ich habe jetzt erst mal sagen wir in nacht und nebel so schnell es geht einen raum geleert ein badezimmer vollgestellt den nächsten raum geleert ein badezimmer vollgestellt nix konnte mehr betreten werden flure vollgestellt artenschefs ankassiert und quasi die räume geswappt man muss aber den unterschied kannst du noch ja ja oben ist jetzt oben ist jetzt frei das untere bad kann man immer betreten aber das muss noch irgendwie aus der weg geht werden weil jetzt weniger abstellfläche da ist mehr oder weniger obwohl das gästezimmer oben wo dieser tisch der alte drin war von den quadratmetern her zwei meter auf drei meter fünfzig war der neue raum ist halt vier meter auf vier halben meter das ist ein unterschied dezent also ob du jetzt gehst von sagen wir mal 11 12 quadratmeter auf 16 17 ist schon ein großer unterschied in der fläche eigentlich ja jetzt habe ich das so notdürftig wie möglich fertig geschrubstert und muss natürlich auch irgendwie ein vergleichsvideo machen zu dem flexi sport tisch der steht jetzt aber in der garage also ihr merkt schon einfach mal ein exkurs solche solche videos produzieren sich nicht so leicht weil es um größere gerätschaften geht weil nicht jeder hat einfach eine ebene fläche oder sowas wie an box therapy ich muss jetzt irgendwie aus der garage wo die ganzen usb platten für das dach weil ich das dach noch renovieren muss irgendwie rüberschaffen ins studio genauso wie ich den anderen tisch irgendwie so trappieren muss dass ich beide tische aufs gleiche bild bekommen und dann außerhalb der arbeitszeit meine frau und dass mein sohn nicht da ist das irgendwie drehen es wird eine nachweis dass man so lagerhallen mieten kann um scheiße abzug auf lagern also bestimmt auch in deiner nähe man bräuchte einen transporter erst mal und von nein aber da wirst du die ganze scheiße los ja wenn du die scheiße wieder hier brauchst musst du wieder hier schleppen irgendwie allein das ding ist also wie kann ich schon mal spoilern dass der tisch ist um welten klasse besser als der flexi sport tisch noch also welten wäre es jetzt kreaktisch wäre auch besser die software ist besser die bedienung ist schöner sieht besser aus ist massiver und so weiter und so fort ich wollte gerade fragen warum hat der tisch denn das software naja weil höhenverstellbare der flexi spot zum beispiel der hat drei höheneinstellungen die du speichern kannst also mikrocontroller hat der jetzige hat fünf plus eine manuelle bedienung und halt noch normal hoch und runter und auch ein menü wo du errorcodes und software unsere blödsinn machen kannst also mir ganz wichtig rgb ja ganz ehrlich so solange er tut was er soll so lange du einstellen kannst deine 34 settings speichern kannst das stimmt viel ist aber auch leichter meinung nach nicht das ist aber auch leichter wenn du keinen ecktisch hast der drei von diesem standbein mit servo und so weiter hat 200 wie sie genau wichtige frage hat der mehrere motoren habe für jedes bein als ok für jedes bein riesen upgrade zum flexi sport alle drei einzeln steuerbar und alle drei richtig wuchtig jetzt kann man sich vorstellen das ding ist massiv ist ein eckschreibtisch hat zwei meter auf die andere seite vielleicht 1 60 1 70 habe jetzt in dem kopf und das wiegt wenn drei tischplatten mitgeliefert quasi die dann zusammenarbeiten und es wiegt und das interessant ist das hat ja auch so seine 60 70 kilo jetzt habe ich der postbote genutzt postbote machte ich sowieso nicht wahrscheinlich oh alter der hasst mich aber dhl und post jeden tag die sind glücklich vor allem wenn mal wieder was wie ein samsung fernseher oder so kommt ja kleinigkeiten und dann stehen kein klingel der bei mir sagt ich habe da was steigt ins auto und fährt weg hat es an der garage abgestellt toll jetzt haben die natürlich diese genies das komplette paket der stativ beine und alles und die tischplatte zusammen gemacht das heißt du musst diese 66 kilo auf einmal bewegen die haben oder ein paket daraus gemacht naja das sind zwei pakete eigentlich nur aber das war so umwickelt und zusammen geschnüttelt und so weiter dass es dann halt ein paket war und es willst du halt nicht unbedingt auspacken mitten auf der straße oder vor der garage nee das will man also das ist großart dass der postbote überhaupt geklingelt hat ja und dann denkst du dir so geil ja er hatte keinen bock ich habe aber auch keinen bock jetzt muss es irgendwie ins haus und es ist halt keiner da dann beginnt wir die alle sackkarre gehabt nee aber ich habe einen trick war da draußen wenig keine sache sie hätte sowieso nicht geholfen weil es geht über treppen und ungerades gelände und so weiter da hilft dir die sackkarre nix die bleibt einfach hängen und die stufen das ist reudig also du hast doch eine lösung für das problem ja du hast doch im studio dein seilzug den einfach durchs fenster raus führen und dann kriegst du es zumindest schon mal aufs grundstück und das vielleicht dein fenster ein bisschen erweitert du warst noch nicht hier du wirst es sehen das ist die ganz andere seite des gebäudes der dann halt einmal ums gebäude rum das ist dann nicht so schlimm ja das funktioniert der trick für euch da draußen falls ihr sowas jemals habt als problem ihr schnappt durch ein handtuch dass sie nicht mehr braucht für alles mögliche ich zum beispiel habe ein großes handtuch mit dem ich tische wachse oder sowas einfach mit fett schön schmierig und das nehme ich immer und legst runter unter die teile tapes mit panzer teil auf der einen seite fest halt oben fest und sie unten damit das handtuch verreckt aber du kriegst sachen relativ schwer auch relativ leicht ins haus geschliffen ja es klingt so aufwendig wie es ist aber es ist besser als es zu tragen alle denken sich jetzt draußen stille die jungs fragen sich warum tut er das warum irgendwie muss man es machen der die nachbarn werden mir was scheißen wenn ich solche sachen habe zum beispiel wenn jetzt ein 3d docker oder sowas der q max den ich jetzt auch endlich mal reviewen sollte wenn sowas irgendwie vor der haustür steht auf einer palette also drauf geschweißt die leute machen ex also jeder der dich kennt wenn du anrufst oder die machen alle schon bogen um dich dieser familie schon verschissen dass die freunde aussagen leck mich du bist doof weißt du jetzt mit zug auf reintragen oder ja auf alles bestes beispiel wie sachen zusammenspielen der cutter mit der marco war zum ersten mal da weil man halt so ein bisschen enttäterte er hat seine tastatur abgeholt erstmal hergekommen hat sich falls abgeholt sneaker netner und wir haben so unsere ersten aufnahmen getestet mal ob wir zusammen was aufnehmen können und zufälligerweise war das der tag wo der obi unangekündigt für mein dach die 1,6 tonnen usb-platten geliefert hat also klingelt die tür strömender regen keiner sonst da strömender regen die spedition hat die paletten die vier paletten weil sie die halt das waren halt quasi 1 meter 25 stücke die haben sie einfach auf die straße gestellt ohne verpackung einfach die usb-platten auf paletten geschnallt mal dass das usb-holz im regen ja ohne irgendwas zwischen ohne irgendwas zwischen sie haben es halt so abgestellten geklingelt und sind weiter nicht mal irgendwie im plastik oder so auf der palette okay dann stehen die da klingeln es fängt das pissen an ich schaue marco an marco es tut mir jetzt tierisch leid und er ist ein halbes hemd ich hoffe das versteht mich jetzt nicht falsch ja marco es ist es ist ein bisschen kleiner wie der moritz und ich ich bin ja schon kleiner als der moritz aber ist noch ein bisschen kleiner und er hat von der grundstatue einfach jetzt nicht so die übungen solche sachen zu schleppen und ich schaue an alter ich brauche hilfe ja ja mache ich ja kein thema kann ich schnell machen oder sieht es und ihm ahnt noch nicht so die feelings mit t-shirt im regen draußen und er ahnt noch nicht so wie es nach den ersten 20 platten aussehen würde weil es ja doch nun mal über 200 sind die getragen werden müssen und ins haus geschafft und dann die treppen hoch gibt es davon bilder er hat sich auch gefreut er würde es nie wieder tun aber er hat sich auch gefreut er hat gewusst was er am tag gemacht hat danach erst mal vier wochen krank ja so in der art ich meine ich tue ungern armen studenten was an das das war jetzt auch nicht so sexy und auch nicht geplant ich war dankbar dass er mir geholfen hat frage aber aber was machst du in so moment du bist aufgeschmissen wenn du allein bist ne frage kam das nächste video pünktlich das nächste video ja alles kann pünktlich das war nämlich schon gemacht also das rache gewesen aber am nächsten nach in die uni ist weiß ich nicht aber das hat er schon gemacht es sind so die kleinigkeiten weißt du der moritz auch mit seinem das ist doch mal geiles thema erzähl mal wie es mit dem nerdscape studio aussieht also heute heute wurden neue steckdosen gemacht alle nicht ganz alle nötig also alle schukosteckdosen ja schukosteckdosen wurden begonnen noch nicht fertig er und 45 das ist immer noch ein riesen mess darüber schlitze schon geschlagen ja das ist schon längst durch auch schon verputzt aktual aktuell hängen kabel einen halben meter an jeder wand aus der wand das sollte auch haben ja ja gut so später später gehen wir dann hinten kürzen die werden auf die dosen aufgelegt und dann wird es in der wand versteckt wird niemand mehr sehen also ändern kann man daran auch nichts wenn das kabel tot ist aber ein problem da würde ich nur die steckdosen einfach erstmal nicht mehr benutzt weil das verputzt gestrichen alle schon fertig okay naja wird es wird noch witzig wir haben in einem raum ich bin der meinung zwar ein 14 oder 15 da an port ja und ich glaube zehn schokodosen mit gut erzählen schokodosen jeweils fünf pro pro stromkreis wir haben insgesamt drei stromkreise drin was fünf pro stromkreis ja okay kann ich also ich habe zum studium anders gemacht na ja die idee war er schickt uns einzeln als drei steckdosen drei doppelsteckdosen sind einzeln und vier doppelsteckdosen hier in der ecke hängen an also normalerweise habe ich jeweils vier doppelsteckdosen für eine 16 ampere sicherung genommen wir erwarten ja nicht dass wir alle benutzen das einfach nur besser haben als brauchen also zwei doppelsteckdosen vier einzelsteckdosen weiter genau die sache ist wir haben halt überall dann steckdosen immer zwei stück und einmal ein doppelter rj 45 und diese zwei schokodosen haben immer beide stromkreise also die linke hat den einen gerechter den anderen damit mal immer die möglichkeit haben beide zu nutzen wenn man später dann uns überlegen was weiß ich der stromkreis b wird hinter der usv gehangen oder so und wichtige sachen kommen dann halt dahin dann musst du um verkabeln ja aber die verkabelung dafür steht dann schon ja das schon aber du musst trotzdem verkabel ja aber so so kann man zum einen aufteilen die last ich glaube nicht dass wir über die 3.000 was sind das 3600 watt kommen ja aber so haben wir zumindest mal getrennt okay ich habe jetzt hier zum beispiel mit dem unterverteiler habe ich den dicken querschnitt gelegt von unten das heißt ich kann auch eine sehr schöne angabe den dicken querschnitt ja ich weiß jetzt nicht ich habe das dickste aus dem baumarkt mitgenommen ja ich weiß das ist wichtig dass ich weiß ich weiß jetzt nicht was darüber gehen lassen wir 40 ernst 42 ernst das studio also also war weit weit über breaka limit genau also 42 ms das haus hat sogar nur 35 amp das ist ja normal also notfalls könnte ich das haus auch noch abben aber so viel saft werde ich erstmal brauchen also diese 11 12.000 watt werde ich jetzt so gleichzeitig so schnell einfach 666 ich kann hier unten am unteren stromzähler 26.000 ziehen und oben können ja noch mal 26.000 ziehen also die 52.000 watt werde ich nicht erreichen wir haben uns hier mal auf 64 grad weil uns immer die sichung für die panzersicherung hier oben die verplombte geflogen das ist das ist es wird das ist durchaus wird aber für eine einpersonen studio glaube ich werde ich das ohne mining nicht erreichen ja nee mein vater hat unten in der küche gehabt und da liefen dann halt wenn den ofen lief für die hülse ein paar andere geräte ja gut das ist natürlich bei gastro noch mal was anders also alle sagen immer nerds verbrauchen viel strom fragt mal gastro ja gut wenn dann hier pull beef pull pork pull turkey gemacht wird dann lief das ding halt auch mal 18 stunden durch und wenn du währenddessen was anders gemacht hast dann hast du schon mal zumindest ein circuit gesprengt du hast nebenbei wahrscheinlich geschirrspüler du musst mal staubsaugen du brauchst du brauchst den durchlaufer jetzt du brauchst den herd mal du brauchst den fernseher noch nebenbei oder noch eine fritteuse und zu dem zeitpunkt hing auch noch der rest des hauses damit dran ja ist halt nicht so gut dann flackert das licht ja genau mittlerweile ist es getrennt so im zeitpunkt war es nicht allzu schlimm ja musst du kannst den leitungen beim schmelzen zu riechen ja geschmolzen geschmolzen ist da ist da noch nichts das muss der elektriker hat das werken er musste immer von stadtwerken herkommen um der deshalb machen durfte ja klar weil sonst geht es nicht du musst halt der fettere leitung unser nachbar unser nachbar ist zwei elektriker der uns schließt uns auch hält und solche späße aber an den zeug von stadtwerken darf halt nichts machen interessant ist unser haus ist ja von 1927 ja und das wurde in den 70ern renoviert und ganz viel zeug und es wird mit öl geheizt jetzt haben wir unten am haus ein viel zu dickes kabel anliegen viel zu dick überdimensioniert das von der straße kommt sei froh und ich habe so mit dem elektriker einfach so ey ich weiß nicht das sieht mir zu dick aus für das haus hat gesagt ja da war bestimmt mal angedacht alle vier stockwerke mit kellerdings mit stromheizung zu betreiben wurde dann aber halt doch nicht gemacht und ich so ist mein glück das ist mein glück sei dankbar dafür oh ja das bin ich also also die leute die das damals gemacht haben gut die letzten bisher nicht aber die leute das gemacht haben gut weil dadurch konnte ich halt einfach unten noch mal einen hauptsicherungskasten sitzen und die untersicherungskasten sind auch größer dimensioniert und alles safe jetzt stelle ich mir immer vor wie teuer das dann für leute wird die das nicht haben oder die einfach dann die leitung überlassen garten aufhacken weiß kabel kaufen 20.000 für einmal aufmachen kabel reinlegen ich glaube so leicht ist das gar nicht wie bei uns zum beispiel das überhaupt erst machen darfst vergehen schon monate bis der bis zur straße vorne na also ihr müsst es euch so vorstellen von der hauptstraße stellt euch jetzt eine horizontale straße vorne von der horizontalen straße geht in richtung 8 uhr nach unten links eine straße weg ungefähr zehn meter an dieser straße unten sitzt unser haus die straße die diagonal geht ist meine straße ist die alex straße man kann man kann sich die straße in kunbach ja mal anschauen die gehört mir die ist bezahlt die gehört mir die nachbarn sind am ende ja am ende der straße sind die nachbarn die haben fahrtrecht leider sehr gut das heißt du musst auch noch winterdienst machen jawohl ja muss auch noch winterdienst machen aber die ganze straße gehört mir das problem daran ist dass eine privatstraße das heißt wenn du da jemals irgendetwas aufreisen muss die stammt mit mit der mit gehsteig steinen und alles drum und dran halt so richtig straße straße also der regelung an die durchhalten muss das muss zum gesamtbild passen das muss diese voraussetzung erfüllen genau aber halt gleichzeitig mit 30 prozent gefälle ja viel spaß könnte ja auch einfach sein ja könnte auch einfach sein also da aufzureißen würde ich eher nicht empfehlen egal was jemals kommt also wenn es nicht sein muss würde ich das nie machen egal ob strom scheiße gas wasser oder elektro oder internet alles was da aufgerissen werden muss und ich muss es bezahlen kann man das überhaupt dann bezahlen ja mit dem kredit schon ist ja kein kredit für eine straße auf so das macht ja keiner die wenn du jetzt sagst wenn die jetzt sagen dass auf in dieser straße ist eine rohrbuch der jetzt zum beispiel nachbarn auch betrifft und es ist auf privatgrundstück wie wir es sonst machen wenn jetzt kein wasser mehr hättest glattenschlag also wenn du wenn du wenn du eine versicherung hast ja schon die das mitnimmt aber wenn es das schaden ist die die versicherung nicht deckt bist du verloren ich denke mal die meisten privaten werden sowas nicht unbedingt decken wenn es nicht vorher ist die frage also ob es jetzt noch zum hausart gehört oder zur hof und grundstücksversicherung das ist halt auch ja genau da wird es dann spannend so zeug also das denkt man sich bevor man so richtiger hausbesitzer ist denkt man jetzt da ist nicht so hundertprozentig drüber nach oder du kaufst einfach ein haus was keine straße hat oder du kaufst ein haus das keine straße wie viele leute machen das schon wir haben ein haus ohne straße du bist nicht an die straße angebunden wir haben genau zehn meter gehweg dann ist vorbei an die stimmt nicht uns gehören hier ich glaube zwei quadratmeter auf der straße zwei quadratmeter das ist aber nicht so viel ne wofür beziehungsweise ne stimmt nicht viel quadratmeter ja weil die straßengrenzen damals so gezogen wurden die grundstücksgrenzen und die straße zum grundstück gehören nicht zur straße zum grundstück also aber die als straße genutzt wird dazu möchte ich jetzt kurz eine kleine geschichte erzählen ich kann dir mal ein bild zeigen ist serviert ja was los zeig mir bei uns haben sie die straße neu gemacht vor ein paar wochen bereits schon ein zwei monate und dann kam der vermesser vorbei und wir haben noch mehrere querstraßen die natürlich unsere straße kreuzen wir sind ja mitten in der stadt vor dem hat immer jeder angst ist der vermesser nicht der verschieden was nein ja egal und dann hat der vermesser in der hatte dann auch unterlagen von der stadt eine grundbucheinträge blablabla da hat ja alles menschen erdenkliche was kann man braucht ja guckt ja so das eine eckhaus an wissen sie eigentlich dass ihr wohnzimmer laut diesem stadtplan mitten auf der straße ist dass eigentlich jeder durch ihr wohnzimmer laufen müsste die hausewunder gucken ihn an alter wir sind fünf meter von der straße entfernt was willst du von uns ja nee das wurde damals so eingemessen eigentlich müssten wir ihr haus jetzt abreißen hat er dann mal eben korrigiert aber schon ein bisschen seltsam ja auch so statt habt ihr irgendwie zu viel alkohol getrunken damals das haus stand irgendwie auch schon 60 jahre da können wir uns auch hin und man war halt auf der straße jetzt muss abgerissen werden geht nicht so nach dem motto ja der banger steht da wenn wir fangen dann morgen an die du das heißt sowas ähnliches hatten wir mit einer hütte die wir uns vor dem haus angeschaut haben da musst du die hütte angeschaut cool cool mit kleinem winterhaus und und carport und allem drin und drum und drum wir wollten es dann doch nicht weil es ein wenig viel marode mit asbester und die entsorgung zu teuer und überhaupt halt ganze dach das ganze dach asbest dach gedeckt und da haben wir es nicht genommen und ein paar monate später nachdem wir das haus hier schon gekauft hatten sind wir dran vorbei gefahren und halt carport weggerissen sommerhaus unten garten winterhaus weggerissen ganzer garten und einfach platt gemacht haben sie es angezündet nee und dann habe ich halt mal so gefragt und hat bekannter denen ja das war alles nicht im grundbuch eingetragen keine kein bau also die haben das halt so gebaut und haben keine genehmigung gehabt also also wurde vor verkauf befohlen das waren halt dann die enkel die es verkauft haben ja ihr müsst bevor ihr es verkauft alles auf eure kosten abreißen das problem ist ja jetzt auch wenn du jetzt einen anbau auf deinem haus auf deinem grundstück baust und der anbau ist dann an der grundstücksgrenze und du hast eine schriftliche genehmigung von deinem nachbarn dass du das machen darfst weil du könntest ja dann keine ahnung in seiner küche gucken oder was dann ist gut beim staubsaugen erwischen was auch immer ist ja auch egal und dann zieht da ein neuer nachbar ein und der unterschreibt das nicht dann kann er dich zwingen die deine scheiß gartenlaube wieder abzureißen obwohl es ja eigentlich von der stadt genehmigt ist von dem ehemaligen nachter genehmigt ist du sie schon gebaut hast blablabla nein dies an seinem grundstücksgrenze abreißen da gibt es ja da gibt es einen coolen fall das gleiche wo man hat jemand mit solaranlagen kam der hat dünne grundstückstreifen und so weiter alles mit solar zugepflastert alles was ging und ist ja eigentlich gut wegen strom und aber es hat halt sehr viele nachbarn gestört weil es auch zwischen grundstücken läuft und auf erdhöhe ist und so weiter und dann wollten die ihn zwingen es abzureißen auch die stadt na erst hat er gesagt nee was wollten ihr alle wollen dass er erneuerbare energien und grüne wände na was wollten ihr von mir nee die haben sich geschossen muss weg gut dann hat er gesagt beim nächsten termin und dann gehört das haus aber nicht mehr wie die gehört das haus nicht mehr nö das gehört meiner mutter er hat seiner mutter überschrieben dann müssen natürlich alle anträge und so weiter neu gemacht werden weil er nicht mehr rechtskräftig dafür verantwortlich ist richtig dann haben die das alles an die mutter geschickt und dann hat die mutter das haus seiner freundin verkauft so die stadt da natürlich sass oder ja sie können nicht zu meiner mutter das haus gehört jetzt nicht mehr meiner mutter und so haben die das spiel halt immer weiter gespielt ich glaube spielen bis zur disdain aber alles anträge müssen aufgerollt werden es dauert dann zwei drei vier jahre bis dann der nächste schrieb kommt und bis dahin hat das haushalt im nächsten übertragen da gehört das haus dem hund oder so einfach neues mehrschweinchen gekauft das kriegt das dann kein problem aber da also meiner meinung nach an der juristen oder die stadt ja keine chance die haben ja so lange sein verkauf nicht irgendwie irgendwie verbieten können ja können sie ja nicht wie sollen sie den verkauf des kunsts verbieten so langs rechtens ist alles das ist halt schon richtig abderber trick eigentlich ne er schiebt es halt einfach du mit klar du musst den leuten vertrauen ne aber schiebt es halt einfach immer wieder außen rum und macht halt weiter freundlich seinen solar die nachbarn drehen das ja auch du musst ja jedes mal wenn du das haus kaufst wieder zum notar grundbuch eintrag blablabla du kannst es ja auch alles kosten die auf dich ja nur nur wenn du es jetzt wenn du es jetzt sagen wir mal kein verkaufspreis oder so sondern wenn du sagst hey ich überschreibe das einfach das haben gut dann brauchst du nur einmal ein notar der übernimmt hey das ist jetzt überschrieben deswegen muss er trotzdem ein buch antrag machen ja machst einen grundpunkt eintrag macht es nur teintrag gut das hast du da 1000 2000 ist wahrscheinlich billiger ist ja immer an deinem notar zu dem du gehst ja also etwas weniger sein als abreißen oder als die ersparnisse die er sich dadurch hat er wahrscheinlich mal nimmt er genug ein dass er sagt hey das kann er dann alle vier fünf jahre immer machen ja so viel ist es nicht also ja also unser system ist da schon echt gut dass sie den armen mann in ruhe lassen verstehe ich auch nicht es gibt immer sich einer beschwert muss die stadt ja reagieren müssen hat es gibt nämlich so etwas wie ein es gibt ja fairness gesetze oder unverhältnismäßigkeits gesetze die kann entscheiden pass auf eure anfrage ist unverhältnismäßig oder steht im widerspruch zum erneuerbare energien gesetz können sie machen obliegt dann dem jeweiligen richter aber das ist das nächste thema gerichte ja gerichte das ist ein lecker gerichte dass du wieder ans essen denkst ist logisch irgendwie habe ich jetzt hunger wir haben von gerichten geredet was gibt es denn gleich noch schönes reichs kekse man reichs kekse machen wir mal ein bisschen erst mehr hat man schon nicht mehr crunchy mit nuss ist auch schön wie jetzt einfach alles schweigen damit man es so richtig genießen kann jetzt muss ich den wahrscheinlich als explicit tag den podcast ich habe das mikrofon noch nicht im mund ich bin dann geht es ja noch dafür wirst er gebannt auch wenn das mikrofon die ins ohr stecken wirst mikrofone wie die schuhe smb haben doch so ein fallisches abbild jetzt haben natürlich viele streamern so was gemacht wie asmr videos und so weiter indem sie das mikrofon ganz in den mund nehmen oder sich am ohr reiben und sich ins ohr stecken und so weiter er ich doch nicht ging schämen aber twitter dann allein gegriffen und sagen sie hätte es doch veruntert unverhältnismäßig nicht unbedingt das nicht unbedingt es ist unverhältnismäßig wenn jemand gebannt wird weil er aus versehen bauarbeiter ausschritt hat verstehe ich das ist unverhältnismäßig weil da wird sich glaube ich niemand wegen uns fletigkeit angesprochen fühlen aber also was das arme schuhe aber ja ja gut muss man auch nicht verstehen die plattform schaufelt sich gerade ihr eigenes grab ja nicht nur die plattform hast du es mit twitter und der übergang da muss man gar nicht drüber reden ich hatte die letzten tage sehr viel spaß damit einfach nur auf der startseite durchzuschauen habt ihr mitbekommen adobe hat den photoshop account also den von den offiziellen adobe photoshop account mit 33 millionen followern wurde gesperrt wegen impersonation das ist halt nur noch wild was da fragt man sich welcher von den letzten fünf mitarbeitern hat ihn gesperrt also ich sag mal so na twitter ist gerade wilde westen die mitarbeiter die kommen und gehen die leute sabotieren stöcke rein das ist der wilde westen bald kommt donald trump wieder ja da geht es richtig ab der will nicht mehr mitmachen der account ist schon entband ja das wundert mich jetzt nicht nee das ist crazy wo wir bei crazy sind weil ich habe jetzt die brücke ich habe mich an was von twitter erinnert ne was auch ich mich würde gerne interessieren was ihr davon haltet vor zwei wochen da war eine twitchcon ne ok das war ja und vor zwei wochen ging dann die news rum also es war alles gab ja eine twitchcon oder auf jeden fall eine große twitch party ich habe jetzt die news nicht komplett im kopf die wurde aber dann überhaupt nicht beworben habe ich gar nicht zu kommen und ist amerika und der veranstalter hat halt zum beispiel twitch stars das eine waren ex-pornostars hat er halt geladen gehabt zum tanzen die sollten halten so ein großes bällebad springen das bällebad ist aber keine bällebad sondern mit schaumstoff geladen kennt mehr aus serien so also american gladiator oder sowas jetzt haben die das natürlich gemacht die eines neig sprungen hat sich dabei aber den rücken gebrochen denn das denn das ist schaumstoff richtig aber der schaumstoff und das ist ganz interessant der schaumstoff war halt einfach nur 20 zentimeter gefüllt und sie ist aus mehr als drei meter höhe gesprungen der veranstalter hatte das aber nicht gesagt und am tag vorher hat sich jemand da den knöchel gebrochen und sie haben sie nicht gesagt und sie springt halt rein die sagt ja springen mit dem arsch voraus bitte arschbombe hat sie gemacht und hat sich einen rücken gebrochen krankenhaus notopäe volles programm gut so jetzt hat sie gesagt ihr raten alle ab unter anderem twitch zu klagen und alle sagen sie selber schulden soll sich nun zu aufführen und als pornostar und überhaupt sie kriegt den vollen backslash der medien wo sie sagt alter ich wusste das nicht gehabt mit dem rücken gebrochen habe nicht mal von twitch in gute besserung oder so bekommen gar nichts und sie haben mich forciert da rein zu springen obwohl sie es wussten was ich am tag vorher jemand schon schwer verletzt hat man sagt trotzdem tue es schwierig ja gut aber mit mit was für argument wird ihr geraten also warum wird ihr geraten nicht zu klagen naja gut einzelpersonen riesenunternehmen die wollen sie halt das ist ja ganz einfach sehr amerikanisches klagerecht twitch kann sich die anwälte leisten die du dir nicht vorstellen träumst also die machen dich fertig natürlich klagt nicht bist ein kleines licht oder du bist eben pornos interessiert nicht überhaupt und die wollen natürlich auch die propaganda runterfahren bei so einem fall wenn dann passiert erzeugt der größere wählen als eine kleine randjus die können negativ pr ist keine gute pr und für tisch vor allem nicht ne da können nicht gebrauchen mittlerweile nicht mehr und ver und laufende gerichtsverfahren sind halt noch mal anders kaliber hat mir zum beispiel gesehen am ex flash darsteller oder 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 sobald der gerichtsverfahren laufen oder irgendwas mit den cops wenden sich alle recht schnell von dir weg und so ein unternehmen will natürlich da keine präsidentschaft haben so ich habe ich habe gefordert dass ich leute selbst verletze wurde ich gewusst habe das gefährlich kommt für das familienfreundliche image glaube ich nicht so gut nee das ist wir fragen auf die man nicht beantworten kann aber für mich trifft es gut ich wollte deshalb wollte ich fragen für mich trifft es aber gut ins bild was twitch ist es geht darum keinesfalls um irgendwelche creator nicht mehr nicht mal um die safety der creator seit 2014 nicht mehr also das ist ja echt schon high pool in der hinsicht einfach nur high pool und die band also sowieso in ein unternehmen von dieser größe dass keine offiziellen guidelines oder richtlinien zu bands und ähnlichem hat finde ich auch schwierig weil die ja trotzdem gott spielen und willkür walten lassen die bekannter du bist desto kürzer deine strafen desto unbekannter bist egal wenn du bekannt bist und bist kontrovers dass du viel zuschauer ziehst aber halt böse sachen machst wirst halt immer zum scheinbar kurz gebannt also so wie ich das beobachte ist es trotzdem schwierig sehr schwierig und ich frage mich warum sich da in den usa noch keiner wirklich zum klagelevel erhoben hat klar disrespekt habt hat angefangen wegen aber nur wegen dieser politik weil es ja keine transparente man muss es so sehen ein unternehmen muss seine wirtschaftszahlen offenlegen und sein wirtschaftlich und sein wirtschaftliches verhalten private nicht akquise müssen müssen sie offenlegen sie müssen offenlegen in was investiert wird in was nicht sie müssen auch sie müssen ja auch ihre entscheidungen zum beispiel wenn sie börsendotiert sind müssen sie ihre entscheidung jetzt vielleicht nicht börsendotiert aber sie sind ja in hohem handel und so weiter verstrickt und marktmanipulation soll ja vorgebeugt werden also müssen sie ihre aktionen auch begründen ist es wird schon eine eigene firma ist es eine devise von amazon genau gehört amazon und amazon ist börsennotiert also muss es eigentlich als tochterfirma und so weiter recht transparent agieren vor allem was geld summen angeht jetzt wenn twitch streamer hohe geld summen verdienen also ausgaben muss doch eigentlich transparente gründe geben wenn du gebannt wird nicht gebannt hier da hinher dann muss das ja eigentlich trotzdem überall begründet und gelistet werden allein für die wirtschaftsprüfer ist meine idee prinzipiell arbeitest du damit auch mehr oder weniger gegen den investoren weil wenn du einen großen einnehmer bahnst dann fällt ja geld flöten geht der umsatz genau und jetzt ist natürlich meine frage wie begründen die diese willkür eigentlich das sieht nicht nach willkür aus weil die einfach sagen können ja guck mal der hat hier gegen die guidelines verstoßen ja richtig aber die strafen niemals jemand nachfragen aber die strafen warum jemand also wie lange jemand weg bleibt weil er gegen guidelines verstoßen hat die sind nie gleich der eine wird auf lebenszeit gebannt die community jammert nach einem jahr da war wieder hin der andere macht irgendeinen anderen bullshit weil er leute beschimpft ist einen tag weg dafür daran also wie lange und was und und ist null transparenz doch noch keine ansage nie können offiziellen strafen katalog deswegen können sie einfach sagen persönlich ist alle ermessen des moderators genau und das problem ist wie wie rechtfertigt der moderator das gegenüber einem wirtschaftsausschuss weil es sind ja wirtschaftliche entscheidungen müsste er eigentlich doch schon siehe zum beispiel dr disrespekt millionen die da an einnahmen kommen gut man weiß nicht was am hinterkommt aber wenn auf diesem stream gespendet würden die umsetzung bits und so weiter fliegen dann macht twitch da an einem tag genug hunderttausende an dollars an einem tag und wenn es dann wegfällt weil ein moderator sagt ich drücke jetzt den bankknopf dann ist das eine wirtschaftlich relevante summe und ein geschäft und da wird ja ein geschäft abgeschlossen oder ein geschäft beendet eine geschäftsbeziehung ja das braucht ja dann alles bei solchen summen begründungen und so weiter sonst könnte man ja meistens kann man dann sagen harassment anhand einer chat nachricht oder so oder im blösten fall wenn das und wenn das unangebracht war dieser band dann kann man einfach sagen ja guck mal der mitarbeiter hat scheiße gebaut er ist gefeuert hier du bist entspannt das wird auch scheißegal ja ja aber ich verstehe die wirtschaft ich verstehe nicht wie sie wie sie ohne ein strafenkatalog und so das wirtschaftlich rechtfertigen können dass es jetzt nicht gerichtlich oder polizeilich relevant wird weil das könnte böse zunge könnte ja irgendwie dann einfach hingehen sagen pass auf ist denn das geldwäsche weil man könnte auch einfach sagen hey da das alles strafenkataloge willkürlich sind und es gibt ja auch leute zum beispiel es gibt auch wettbüros und so weiter die wetten drauf hey ob xqc heute gebannt wird oder 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 sowas gibt es ja alles sehr weit hergehoben die amerikaner die amerikaner die wetten ja auf alles die wetten auch ob trump jetzt wieder präsident wird oder oder das gibt es ja alles in diesen offiziellen dingern ist es einfach nur als beispiel dann dann in vegas oder in atlantic city geht ja alles möglich ja gut weil ein dritter dagegen wettet kannst du jetzt nicht die firma die diese entscheidung trägt dafür in rechenschaft ziehen nein das auf keinen fall aber was man sagen kann ist wenn eine entscheidung so intransparent und spontan getroffen wird wenn da jemand irgendjemand das wort geldwäsche zum beispiel in den raum schmeißt weil sie damit zum beispiel sagen hey wir haben das abgekartet oder geplant aus den und den wirtschaftlichen gründen schaden zu fügen oder 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 räumt es mal aus dem weg ja gut aber ich denke mal dass sowas erst relevanz haben wird wenn auf so eine wetter plötzlich ein paar millionen gesetzt wurden ganz kurz ja bestes beispiel das mcdonalds egal aber das das wäre jetzt ein langer ausholer erinnert ihr euch noch an die mcdonalds monopolis von früher sicher ja das kennt ihr die geschichte ja am anfang nicht das war der eine dude wer das simplicissimus hat ein gutes video gemacht oder wer war das kann sein glaube ja hat auch eines gemacht ich verlinke mal das was ich habe mal ein sehr gutes video dazu gesehen ich verlinke das mal unten für alle für alle die es nicht wissen da draußen mcdonalds monopoli war ohne dass mcdonalds davon wusste bis in die 90er seit den 80ern bis in die 90er rein abgekartet das spiel keiner hat jemals was gewonnen ein typ der eigentlich die umschläge verteilt hat hat sie an seine strommänner immer unterverteilt und hat millionen erwirtschaftet weil er alle geldgewinne eingesackt hat alle über 1000 dollar alle einsack nie einer jemals rausgegangen die hauptgewinne die wurden von einer von einem einzelnen ort aus verteilt ja weil die nur die mussten offiziell gedruckt quasi werden und die wurden dann halt random an die filialen also sollten wenn man die filialen verteilt werden und da dann drauf geklebt werden und der typ der sie halt mit dem auto rumgefahren hat hat sie genutzt genau der hat einfach mitgenommen hat den dann fake dinge geben weil die die haben sie ja nicht aufgemacht und nachgeschaut dürfen sie ja nicht deswegen wussten sie ja nicht dass das dann keine echten waren ja und dass das halt einfach nur random eisgutscheine sind alles überlegen das ist so böse gewesen also solche sachen laufen ja ständig und überall und jederzeit deswegen ich unterstelle dem unternehmen böseres als youtube welchem twitch das sage ich jetzt nicht dem halt dem unternehmen weil wenn ich sowas sagt dann nicht dass wir dann nie wieder auf dieser plattform arbeiten dürfen aber ich unterstelle sie haben schlecht über uns geredet wir zeigen sie an naja also ich kann ich ich sage in diesem random unternehmen das mir ausgedacht habe dem könnte das natürlich irgendwie macht mir das mehr angst als der youtube google komplex weil der transparent ist der ist zwar nicht lieb oder transparent dafür hat es dafür dass viel zu wenig macht war weiß was ich mein so von vielen her gut den rhythmus kann keiner durchblicken das heißt immer es gibt kein es stimmt sogar dass es keinen gibt aber das ist eine längere ausarbeitung denn einer der youtuber war dort diese diese google filter und was auch immer die arbeiten alle wie cluster und die suchen einfach nur anhand von statistischer auswertung nach klassisierung und das was ich wie ein algorithmus anfühlt ist im endeffekt nur die spitze dieser xor klatsch klaster ja gut aber am ende des tages ist vergleichbar ja aber es ist kein geschriebener wirklich algorithmus ja gut das ist das klar nicht aber es ist sich trotzdem es ist ein sich selbst entwickelnder oder weiterentwickelndes stück software das algorithmus ähnliche züge genau das komplexe züge annimmt und die mitarbeiter verstehen es ja selber weil sie wissen wenn ich an der einen schraube dreh wissen sie was an einem ende passiert am ende des tages nach definition ist es aber dann trotzdem ein algorithmus gedacht ja aber aus dem prinzip können sie sich immer rausreden mit ne ne es fungiert aber trotzdem ein algorithmus dass das kein mitarbeiter geschrieben hat klar ja das ist es am ende ist es in dem machine learning das halt darauf optimiert ist umsätze ja das klappt ja ganz gut was mir was mir mehr angst macht ist dass sie nicht wissen wie es funktioniert und wenn sie was ändern dann immer merken oh das war gar nicht geplant am anfang des anfang der woche scheint die wir da irgendwas ganz groß gemacht haben weil ich hatte zwei oder drei tage in folge den ganzen tag dieselben videos auf der startseite hundertprozentig die selben videos das kann aber auch sein dass einer der knotenpunkte aktualisiert hat na gut ein caching problem die erfahre youtube hat der caching pools über der ganzen welt natürlich und es ist nicht so wie ihr da draußen denkt dass das eine webseite ist die dann für jeden einzelnen aktualisiert nee es ist die gleiche webseite hunderttausend mal die halt aus einem pool an videos ziehen kann der weltweit überall redundant gekoppelt ist und dann läuft halt für jeden kleinen radios cluster eine kopie dieser seite die macht es gleich ist aber nicht die gleiche wie jetzt in amerika das heißt wenn bei unserem cluster irgendwas blödsinn ist dass moritz drei tage lang die gleichen videos von drachenlord sieht dann ist es halt so das wird auch niemand anders so gehen aber halt mal passiert ja ich will wissen wie es dem reiner geht ehrlich gesagt nein habt ihr mitbekommen der hat jetzt ich glaube was war es eine netflix serie bekommt jetzt ja die machen alles machen aus jeder scheiße scheiße warum wir noch keine netflix serie der warum nicht weil die julian bärmeine hat ja und deshalb haben wir keine das war das war nur geld für einen deutschen creator ist aufgebraucht okay dieses jahr war es der drachenlord auch die sparen halt ja dieses jahr war es der drachenlord also es ist schon wieder rum außerdem sind das jahr geht ja nur noch außerdem wir passen jetzt so ins bild rein ja aber was soll eine der geekfix serie ja was was soll das bringen wir vielleicht nicht probleme bei alex keiner von uns ist mixtracial keiner von uns ist hokitupidi keiner von uns ist lg hd tv plus meinst du ja ich sag mal so unsere wir white old privileged male interessieren doch niemanden wir sind nicht handgrubig genug nerds und out das war mit dem tod von big bang theory schon durch das thema auch it crowd hat es begründet big bang theory hat es begraben ja also wir sind nicht mehr im interesse der medien das ich denke mal dass revival zu zu nörd nördigen gegen zeug kommt vielleicht bei 50 60 jahren so wie sie die 80er dann wieder deckt haben dann naja oder was sagt ihr wird es wieder populär unser lebensstil sprichst du von einer gattung ja eine seltene aussterbende rasse spendet jetzt ein euro ist nicht technik affine leute ich weiß nicht ob du sowas als lebensstil bezeichnen würdest sowas wird es immer geben sowas wird es auch was ja im digitalen zeitalter sonst gäbe es keine mrt scanner oder 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 raketen oder ist schon logisch auf der anderen seite mit mrt der scan gleich zu dir zu hause kommt mit daraus auch kein boss boten einfach klingelt und ab geht's der fliegt einmal durch dich durch und hat das komplette image du hast ein komplettes image höher passt ich fand es so interessant weil es war eine ganze zeit lang war so dieses nerdige gehypt dann waren es die gamer so mit fortnight und so wurden die gamer kitties groß ne medien zeugs jetzt sind es eher die influenza die auf die schippe genommen sind aber die sind jetzt auch schon wieder aus dem mainstream draußen weil es ja jetzt die tik tocker sind ja gut das ist doch nichts anderes wie mit den ganzen politischen themen so erst mal die griechenland krise dann war wieder was aktuell anderes aktuelles griechenland krise ist immer noch keiner sagt mehr was sie stürzen sich auf die größte story die sie finden und dann wird das ausgeschlachtet so lange wie geht die trends ne so lange wie es geht und dann dann verschwindet in der senkung bis irrelevant natürlich grieße klickt sie am wissen verrückt und der mensch ist halt ist halt da gibt es übrigens ein schönes archi dazu falls ihr das wisst was ein archi es gibt ja diese web series oder 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 webisoden von content creator die halt echte serien drehen und ich lege euch mal was davon ans herz und zwar displays ist not happy happy meat farms und es zieht sich viel tiefer als man gedacht hat das ist so ein kleiner nischen kanal naja du denkst achte schreibt mir das mal ich verlinke es dann schon uns ja happy meat farms waren alle ich gebe einen kurzen abriss einfach nur ein kurzes ding ich spoiler nicht so viel du denkst du ist ein ganz normales unternehmen dann gibt es glitsch im video halt ein bisschen schlecht gemachte videos ist völlig in ordnung und denkst oder schlummert halt so eine oberflächliche horror story dahinter mit alien und sowas und danach kriegst du auf einmal mit da gibt es einen kanal der macht nur spongebob theorie videos nur spongebob theorie videos nichts anderes aber im hintergrund läuft eine story die damit direkt verknüpft ist mit dem hauptcharakter dieses happy meat farms things dann gibt es ein ich habe das mal gesehen dann gibt es ein youtuber der reviewt nur horror filmen und der typ der die spongebob videos gemacht hat hat halt als geg zwischendrin auch mal ein bisschen horror episoden auf seinem kanal und der typ der die horrorsachen reviewt reviewt sein video super scheiße aber im hintergrund und so weiter siehst du wieder analogien zu dem happy meat farms zeugs und so zieht sich das durch das sind ganz viele content creator die nichts miteinander zu tun haben das wäre wie wenn jetzt ein tentakel beim beauty youtuber auftaucht hier bei bei ducky b und auf einmal ist die mitten connected in die lore von dem happy meat farms zeug und so zieht sich das durch ganz viele kanäle und das finde ich super spannend das ist was der alex in zeit freizeit macht naja du musst mal überlegen wenn sich so viele leute zusammentun und versteckt einen subplot in ihre normalen tätigkeiten einzubauen quasi um ein gesammeltes großes werk zu schaffen wo sie alle mit teilnehmen ist finde ich schon irgendwie geil warum machen wir da nicht mit vor allem und sowas fällt dann erst jahre später auf der eine hat er mitgemacht und hat er immer was eingestreut und dann halt ist der game theory typ drauf gekommen und dann die videos waren ja schon zwei drei jahre alt und dann auf einmal hat es die community erst entdeckt das das ist was ähnliches wie die tiefer gelagerte lore von don't hug me i'm scared ist auch verlinkt kennt ihr das noch ich bin raus ne okay ihr zwei habt ihr ihr zwei habt einen aufzug von mir und zwar wenn der podcast rum ist hausaufgaben ja der podcast ist jetzt auch gleich ja ist er ja und ihr da draußen auch don't hug me i'm scared ist verlinkt in den show notes gibt es mehrere episoden das sollte auf netflix sogar eine serie werden wurde er dann abgesagt damals gecancelt soll jetzt noch mal wurde ist nie in produktion gegangen es sind zwei extrem krasse künstler und soll dann quasi jetzt reloaded werden es sieht von außen wie eine kids serie aus und ist das düsteste was ich in meinem leben jemals gesehen habe freude wenn du das schon sagst es ist der look es ist es ist es ist der look der sesamstraße mit blut und gedämen ja gut das macht edit film regelmäßig ach ja und psychologischer horror green is not a creative color okay schaut es euch einfach an wird euch gefallen sehr großartig danach fühlst du dich ein bisschen widerlich am besten duschen dann geht's nach jedem horror film muss ich auch immer duschen dann geht's mir wieder gut okay kennt ihr das nicht es gibt es gibt es gibt sachen also ich finde ja oberfläche so oder 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 hostel so oberfläche horror packt mich überhaupt nicht psychologische grausamkeit die sich bei dir im hirn im hinterkopf einnistet deine laune verändert dich runter zieht und einfach immer wieder aufploppt finde ich viel schlimmer das sind die das sind aber die filmer die du dich ein jahr später noch erinnerst oder dein ganzes leben lang ja gut aber da gibt es ein paar sachen die mich kennt ihr die theorie der 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 ai sind schon über zeit alex aber wir sind über zeit ich muss aufhören es gibt diesen ein diesen einen physik kanal diesen ein mit dem langen pferdeschwanz den kennt ihr blond langer pferdeschwanz hat früher auf der tafel gemalt er sagt immer willkommen im lab oder so was oder facility facility ne ich glaube schon ja der gute facility manager und der hat darüber ein ganz langes video gemacht sucht euch alle mal raus sehr krass das ist die theorie der ai das heißt es gibt in der zukunft irgendwann eine riesige übermächtige ai und alle menschen nimmt sie mit und verschont sie die ihr wohl gewonnen sind wohlgesonnen sind oh ich glaube ich kenne die theorie doch doch ich kenne aber da du jetzt von ihr weißt und ihr nicht wohlgesonnen bist wirst du sterben weil du sie hast sie jetzt erdacht und sie wird dann es ist ganz lang und sie wird dann existieren nur weil du jetzt an sie denkst wird es würde doch sogar gewissen zügen schon verfilmt jetzt zwar nicht genauso aber so ähnlich die 100 da ist das ja auch thema das weiß ich gar nicht auf jeden fall ist das ein sehr ist wie ein krebsartiger gedanke dem er nicht gehen darf weil du sonst wirklich geistig krank wirst wenn du dieses gedankenexperiment zu intensiv durchspielst aber mal angucken ja okay so extrem was jetzt nicht in der serie die meine ja es auch züge davon also es besteht eine gewisse jähnigkeit also es geht um wenn du die er jetzt baust oder jetzt alles dafür tust dass sie ins leben gerufen wird wird sie dich verschonen wenn du es nicht tust wird sie dich irgendwann umbringen wenn sie dann doch entstehen wird so was in der art weil sie das weiß strange ja es ist wenn man das gedankenexperiment ganz durchgeht ist es ist es logischer also schaut euch das video mal zu an fand ich sehr interessant anscheinend haben da einige leute schon hat hat es schon den suizid getrieben nur dieses gedankenexperiment das ist das gefährliche an gedanken weshalb es auch querdenker gibt ja und afd wähler und veganer nein ich würde behaupten bis jetzt ist es wird jetzt eh schon hier geschnitten stimmt ich will euch nicht ich will euch nicht nicht okay wir sind raus ist war schön übrigens alle veganen burger bei burger king sind nicht vegan und ich wünsche euch einen schönen abend schreibt uns worüber auf der reihe gehen würde ja eine netflix sehr von uns wird geil schreibt uns was das thema wäre irgendwas muss explodieren alle gute gute idee machen wir das war weird wir lieben euch ja ja ja